Was geht denn meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Gestern war es endlich wieder soweit und zwar war gestern der erste Duo Cash Club zur neuen Season. Und wie soll es auch anders sein, ich habe natürlich wieder den Cup gespielt und ich zeige euch heute wieder alle unsere gespielten Runden und wie wir gespielt haben. Und ich werde natürlich wieder alle Runden analysieren, damit ihr auf jeden Fall seht, was wir falsch gemacht haben und was wir auf jeden Fall hätten besser spielen können. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Falls ihr neu seid, auf jeden Fall gerne abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auf jeden Fall nichts sehr verpasst. Und natürlich auch sehr, sehr gerne CreatorCodeRubySize im IT-Shop eintragen, meine Freunde, wird mich auch extrem supporten. Und hier habt ihr jetzt wieder die Namen von den Leuten eingeblendet, die mir ein Foto auf Instagram geschickt haben, wie sie meinen CreatorCode eingegeben haben. Und soll euer Name hier im nächsten Video auch stehen, ganz einfach, schickt mir einfach ein Foto auf Instagram, wie ihr meinen CreatorCode eingegeben habt und dann wird euer Name im nächsten Video hier auch mit eingeblendet. Und ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir können direkt reingehen, wenn ihr mal einen Cup live zuschauen wollt oder generell mal mich live verfolgen wollt, dann seid gerne auch auf Twitch am Start, da bin ich aktuell hin und wieder mal am Stream, deswegen seid dort gerne am Start. Und ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die zweite Runde des Cups, denn die erste Runde sind wie ausbauen gestorben und wie jetzt die zweite Runde lief, seht ihr, jetzt. Hier landet jetzt einer erst. Hier drinnen. Wollte ich mich? Nice. Hier landet noch einer. Ja. Wo? Der ist hier im Haus, das liegt da irgendwo. Robi, weit. Das ist nochmal ein anderes Tor, bro. Ich will mal nicht spielen, ja, knock. Der hat keine Runde aus eben. Äh, weiß ich. Einer minus 100. Ja. Ich kenn seine Woll. Dead. Oder? Dead. Aber, geben wir nochmal 180. Das werden wir wieder versafft poppen und dann hoch. Nee, das ist justis. Dann lass einfach so hoch, ich spier hoch. Ja, klar. Die Crank 90s, weiter. Digger, bro, also wirklich, was machen die denn? Ich hab nur noch 250 Bills, bro. Nee, ich hab auch nicht viel. Also wirklich, was machen die? Ich geh runter, ins Blief. Ja, same. Ich hab Lecks. Die kommen auch runter, die kommen runter. Also wirklich, wie spielst du, Digga? Ja, jump mich. Ja, ich kann mal. Ich muss mich just poppen. Ich komm jetzt. Ja, ich komm jetzt. Ich will Platz hinein. Ja. Ich jump ihn. Ja, ich kann mal. Ich hab wieder Lags, bro. Was ist das? Shot bumped. Ich hab keine Bills mehr. Zero Bills. 130, dead. Ich bin tot, bro. 100. That's egal. Ich hab keine Bills mehr auf einmal, man. Und jetzt hab ich Lags. Damn. So, nicht mehr. Dead. Nice. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Machen wir nochmal Fläger an. Ich hab mich mehr. Der Lags hinten. Ich hab Fläger an, ich hab Fläger an. Die haben ihn getötet, da unten. 100. Die haben Dings, pass auf. Die haben Dings. Ich bin tot, bro. Ich will Läufe. Ich kann. Ich schieb mich gerade. 100. Pass auf, sein Make kommt hinter dir. Sein Make kommt hinter dir. Mit der Jumpshotgun. Äh, nicht Jump. Ja, 30 auf ihn. Mit der Heavy. Ja. Ich fläger ihn nochmal. Wir sind beide beieinander. Ja. 30. Und da? Spray einfach. Spray von uns. Oh, die Schöße. Der Job. Er ist 60 vorhin, ich bin dead. Nice. Der mit der Heavy lebt noch. Ja. Schon ein Finish. Da liegt ne Heavy. Ja. Ich mach einen Shot. Ich mach einen Shot. Du musst raus. Raus holen. Bro. Ihr habt gerade gesehen, wir sind richtig billig down gegangen. Also das war einfach komplett schlecht ausgespielt von uns. Wir hätten nämlich dort den Gegner von Anfang an komplett anders fighten müssen. Also wir haben einfach komplett billig versucht, die Wall von dem zu replacen, was halt absolut gar nicht geklappt hat. Plus wir hatten dort gar keine, äh, Bills. Also es hat nichts uns gehört. Dazu kam dann auch noch, dass Max hier dort nicht gebaut hat und dann halt mich noch ausgesperrt hat, was halt dann dazu geführt hat, dass ich down gegangen bin. Ich hätte da aber von Anfang an gar nicht reinlaufen sollen. Das war auch ein Fehler von mir aus. Und wir müssen gar nicht so krass ins Detail gehen. Der Fight an sich war schon grundlegend schlecht ausgespielt. Und ja, wie es jetzt in Runde 4 weiter ging. Ihr seht schon, Runde 4, weil die dritte Runde sind wir dann auch noch Osborn gestorben. Ihr merkt, wir haben viele Runden weggeschmissen. Wie es jetzt in Runde 4 weiter ging. Seht ihr jetzt. Die sind beide unten. Ja. Ich kann den beamen. Drei, zwei, drei. 130. Nochmal. 50 weit nochmal. Ja. 170. Was für ein BG poppen eigentlich. Komm mit mir kurz, ne? Sein Matt jetzt ist. Okay, jetzt runter. Ich gehe von hinten. Ja. Oh mein Gott, der kommt auch. Ist der geistig, Digga? Der klettert auch. 50. Dein Mail kommt auch. Ja, R2. 80 weit, nice weit. Dead. Nice. Oh mein Gott, Digga. Ich habe nichts gehört. Die dippen weg. Ich kann gleich beamen. 160, 180. Dead, dead, dead. Nice. Der Mail hat auch minus 50. Ja. Bin da. Haben wir Korn in seine Box? 130, sprich mal, ja. Werde, oder? Naja, habe ich ihn gepriegt hat. Die anderen unten, ne? Ah, die dimmen. Wir können gleich da beieben. Oah. Wo denn, als ich sehe ihn, ne? Ich hoffe, es läuft, die Kinn. Ja. 14. Ich werde jumpen, ich werde jumpen. Fullbox, fullbox. Fullbox. Hä? Werd. Geh weg. Bin weg. Chill, mach safe. Mach safe. Mach safe. Klop, klop. Mach maybe rest, rest. Er rest schon, bro. Chill. Jetzt komm, mach rest, rest. Vertraue mir. Mach bitte. Du musst callen, ne? Ja. Er hat den abgeworfen. Er rest viel später. Drei Sekunden. Gehen's noch pushen. Ja, weiß nicht, ob ich. Dreck an die Wall. Vor die, vor die Wall. Genau. Nein, nein, da. Ich bin drin. 20. Warte, spiel. Dead. 200. Nice. Oh mein Gott. Ja, nice. Wir können direkt runter. Warte, ich will nochmal mit. 60. Digga. Ach du kacke. Bro, lass runter. Lass runter, geh runter. Ich muss fliehen. Ja, geil. Digger, was ist das denn, man? Bin unten. Ich werde komplett low-straight. Ich werde keht. Schau mal die Säfte. Ja, ja. Und net. Oder ist das eine Scheiße? Die kommen, die kommen. Der ist hier rechts drin. Rechts in der Box ist er. Kann ich resetten, weil du im Weg bist. Die grieven sich komplett selber, bro. Ich weiß nicht, was wir machen. Der kacke, Digga. Du musst rein, bro. Pass einfach hinter dir auf. Das ist ein Dürer. Na, der hat die Kanone, oder? Geil, Digga. Nicht drin? Ja, du bist drin. Du bist drin. Hold einfach Walls, bitte. Hold Walls, weil... Ja, was soll man da sagen? Ich bin da sehr, sehr dumm down gegangen. Wir hatten beide leider nicht richtig auf dem Schirm, dass dieses Transformers-Item da drin ist, was so overpowered ist. Und deswegen haben wir da halt so mäßig ein bisschen hochgeboot gehabt, wurden dann runtergeschossen, weil das halt komplett Flächenschaden macht. Und deswegen bin ich halt, wie ihr gesehen, am Fallschang gestorben. Und Maxi konnte dann auch nicht mehr viel mehr rausholen. Und ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, warum dieses Transformers-Item überhaupt drin ist. Also, es macht gar keinen Sinn, dass so ein Item in Competitive drin ist. Und ja, da ging meine Laune echt den Berg ab, weil ich das absolut gar nicht verstanden habe. Also, hier fing der komplette Bruch bei mir an, weil ich absolut nicht nachvollziehen konnte, dass dieses Transformers-Item drin ist und auch so exotische Waffen und so weiter. Aber ja, wir waren trotzdem gar nicht so komplett schlecht dabei. Und wie es jetzt in der fünften Runde weiterging, seht ihr jetzt. Soll ich fläge an? Nein, nein. Franz Klaus, ist jemand. Ich komme ja auch. Na zum 1. Fläge an. Scheiß drauf. Wir haben so viel Space. Weißen, breit dich nochmal. Komm, weg, komm weg. Ich habe Klaus. Ich habe voll damage getakt. Chill bitte kurz, Bro. Ich bin noch viel weiter in. Du schießt um mich. Kannst du kommen? Ja, ich versuch's gerade. Du schießen um mich. Ich kann nicht. Ja. Ich komme. Oder sie sind ja auch so dumm, Digga. Oder was ist denn? 77. Komm. Dead. Nice. Ich komme. Seid ihr Opfer, Digga. 100. Hinter uns. Ich lau. 118. Digga, was spiele ich denn hier? Ich bin dead. Nice. Komm, du musst einfach durchlaufen. Oder wie viele wohnen Markt. Ich boxe unten. Ja, ich halt. Na, gar nicht. So. Bro, da kommen wir mal was drin ist. Also wirklich, Bro. Digga, P90, Digga. Digga, bei mir ist so ein Tier die ganze Zeit hier am rumfliegen, Digga. Ich höre mal kurz, bitte. Ich brauche noch einen Refresh. Ich bin 3, 2, 3. Ja, guck mal hier. Wir kämpfen hier. Mach vier oder drei. Ab. Okay. Bau links und rechts, Broils. War das? Digga. Okay. Geh raus, geh raus. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Ja, sind vier, Digga. Ich nehme alle Messen schnell. Er ist raus. Komm runter. Ja, wir müssen noch move'n, Bro. Left side. Ja, wir können. Komm mit. Ich habe kein Mess, ne? Ja. Digga, wir müssen hier einfach einmal kurz hoch. Ja, ich bin da, ich bin da. Versuch mir einfach zu folgen. Ja. Ich tapp jetzt komplett. Ja, mit da, mit da. Ich fahre mit Big. Brauche ein bisschen mehr Herz. Stein am besten. Heilig Gott. Wir bauen nicht so viel, bauen nicht so viel. Ja, weißt schon. Bisschen mehr Herz. Ja, ich schockt ja. Hälfte von meinem. Heavy pump, Digga. Bro, was ist denn der Renz hier? Bist gleich hier. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich bin hinter dir. Ich folge dir. Wir können da spiriten sogar. Ja. Ja, und hier war einfach das Problem, dass dieser eine Typ in meine Box jumped und wir halt keine gute Awareness auf den hatten und ja, keine Ahnung, also ich habe die Season bisher noch nicht ganz richtig verstanden, also es gibt da keine Rotation Items, es gibt Waffen, die teilweise, wie gesagt, nicht in Competitive gehören, deswegen, keine Ahnung, also hier zum Addgehen kann ich auch nicht so viel sagen. Wir hätten vielleicht ein Layer hochgehen sollen oder ein Layer runtergehen sollen, das hätte uns davor geschützt, dass diese Leute, die da in uns reingejumpt sind, das eben nicht hätten tun können, aber dazu weiß ich echt nicht so viel, was ich dazu sagen kann, ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt rein in Runde 6. Ich habe eine Waffe, ich habe einen Tod. Dead? Dead? Nice, der ist auch mal knapp. Der andere kommt, glaube ich, schon. Quatsch, wie? Ja, die sehen halt mich gemerkt, die ganze Zeit. Ja, mich auch. 100. Ich jump 10 ein. 30. Ich bin tot, ich habe keine Mets mehr. Bin tot. Bin tot, ich habe keine Mets. Du bist 12. Dead? Okay. Nice. Ich habe dem anderen 0 Damage gegeben. Nice. Nice, du bist der Beste. Ich muss den Slap haben. Hast du kurz halten? Ja, ich kann nicht schau'n. Ich kann nicht schau'n. Ich bin tot auf einmal. Ah, du wirst wahrscheinlich keyed. Ich glaube, der Alamats. Komm, juice. Alles gut gerade? Ah nein, die haben Heavy Pumped. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, ne. Sonst Pop, Slurp und rotier' einfach ein bisschen später. Weißt du? Achtung runter, der wird replaced. Ja, ich geh jetzt ab. Box dich schon mal. Box dich ein. Ab. Okay, nice. Du hast jetzt ne bessere Posey. Pop, sonst Maybe gleich Slurp und warte, bis die alle rotiert sind. Guck dir das an. Zu dem Buddy sogar gehen. Metspray. T-Links rum einfach. Du kannst gleich, pop dir noch einen Slurp. Und dann gehen wir in Metspray rein. Top 13. Kannst reinlaufen jetzt eigentlich. Nice, du bist in. Okay, die Dazonenflash. Okay, back. Du hast noch 6 in Mets. Oh, Switchlayer. Du hast noch Hardmets, bis in 10 Bills, ne? Meinst du, hier sind welche? Ich weiß nicht. Ich muss aufnehmen, dass da keine sind. Du kannst noch rein. Oh mein Gott, Digga. Nice. Nice. Du hast 160, Bro. Vielleicht muss man sonst rein. Oh mein. Bro, Digga, da ist auch einer, Mann. Ja. Was spiele ich hier, Digga? Ja, hier war einfach das Problem, dass Maxi nicht zugebaut hat und deswegen gecrackt wurde. Und dann wurden wir halt Lobby-Sprayt und deswegen ist halt Maxi down gegangen und ich musste Solo spielen. Also der Fehler war relativ simpel. Maxi hätte dort einfach zubauen müssen, da wäre nichts passiert. Ich habe dann als Solo auf jeden Fall das Maximum was gegen Cross-Gold. Also da ging noch leider nicht mehr. Ich habe da zwei Kills geholt. Da war dann noch einer. Ja, und ich kriege halt kein Leben pro Kill. Das wurde ja auch entfernt. Und deswegen war die Runde an der Stelle, wo der dritte kam, dann auch leider zu Ende. Auf jeden Fall waren wir trotzdem ganz okay dabei. Und wie es jetzt in der siebten Runde weiterging, seht ihr jetzt. Ey, komm, ich komm mal runter. Ich komm runter, chill. Ich mach ein bisschen. 180. Ich bin tot. Ich bin tot. Nett. Nice. 188, chill. Ja, ein Saftensus. Hab ihn. Oh mein Gott. Nice, let's go. Oh mein Gott, Digga. Ich liebe dich. Mach mit dann aber keine P90, oder? Only farm. Du kannst auch sprayen, eigentlich. Wir brauchen ein Surge. Denke ich. Oder maybe Schermock genug. Ich habe Pläne da drin, ne? Nein, wir haben 50 Surge. Bau mal an die ran hier. Bau mal links und rechts Wände. Set. One up. One HP. Hinter mir. Hinter mir. Achtung, wir haben den Sprint. Ich habe Fiat noch drin. Mach aus. Alles gut, ich habe geclaimed. Ja. Komm runter, komm runter. Wo ist der Buddy? Ich weiß das nicht. Der ist runtergebackt, oder so. Ah, hier, hier, hier. Achtung. Ja, geh du das so hin. Ich gehe für den Lott. Geh du das so hin, Entschulde. Warte, ich bin gespannt. Cap, 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 cap. Ich gehe nochmal für den Lott. Achtung. Geh da raus, Geh aus. Geh da raus, Geh aus. Hast du einen Wiggy? Der ist ein bisschen hoch, ne? Das passt so, oder? Du kannst noch ein bisschen jobben, doch. Du kannst ein bisschen jobben, ja. Das ist ja die überlassen. Komm, ihr möchtet hoch, pass auf. Eich. Ich wurde gejumped. 100, 100, 100. Ich chill. Ja, ich kann noch jobben. Ich chill. Ich hab nichts gehabt. Ja, die kann von innen rein. Meine Messing's gab, bro. 1,5, 1,1 Drittel. Ich muss jobben. Komm mit. Ich bin da. Ich hab keine Arzt mehr, ne? Ja. Du musst Andy ran bauen. Ich hab Pirate drin. Wo? Rechts, ja? Du musst Andy ran. Andi ran. Rechts, rechts. 100. 3. 3. Ich bin der Korn. 100. Der, der, der. Nice. Ne, die Mess. Ne, die Mess. Lass sie raus, lass sie raus. Warte. Komm hier, komm hier. Ja. Ich muss Pirate raus machen. Ich hab viele Armeette. Hier, viele Armeette. Okay, nice. Komm mit, lauf kurz. Boah, 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 boah. Ich brauche einen Shot. Ja, Johnny, Johnny, Johnny sagt, Johnny sagt. Keine Hälter? Ja, ich schalte. Fick. Komm mit hier. Ja. Bin dabei. Achtung, du musst einmal links durch. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Der Replace. Achtung. Das sind zwei, ich bin zwei. Sorry, ich hab das Wort. Ja. Ich mach auf, ich mach auf. Komm mit, komm mit. Ja, mach auf, mach auf. Achtung, die Jummen uns komplett. Ja, er hat alles. Ja, ich war toll. War da? Ja, da wurden wir auf einmal jumped und das waren auf einmal auch die besten Spieler. Die haben die Wall bekommen und haben dann auch noch direkt Max Damage getroffen. Also, ja, da sind wir auch extrem ekelhaft down gegangen. Wir hätten vielleicht auf jeden Fall einen anderen Layer benutzen sollen. Der Layer war nämlich zu überfüllt. Also, da waren zu viele Gegner. Wir hätten auf jeden Fall einen höheren Layer nehmen sollen. Kann man im Endeffekt wie immer nichts machen. Aber war trotzdem eine Runde, die okay war. Also, es ging natürlich besser, aber war auf jeden Fall okay. Und wir waren jetzt in der achten Runde. Die achte Runde musste auf jeden Fall jetzt gut laufen, damit wir noch eine Chance hatten, uns zu qualifizieren. Und wie jetzt die achte Runde lief, seht ihr jetzt. Ja, für mich aber auch, Digga. Ich mach vier wieder rein, komm. Ich bin, ich bin auch noch ein Scheiß, Bruder. Lass einfach so rein. Okay. Komm mit. Dafür kotzt es durch. Fully low. Ich baue. In einer Box, in einer Box. In einer Box. Let? Nice. Ich bin da. Ich hab den Buddy, aber nicht. Wo ist der? Er liegt hier. Das ist finish. Runter, die Tür. Ich mach runter, die Tür. Let? Nice. Geht weg, geht weg. Digga, was geht hier ab? Ich hab's. 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 Okay, ab. Komm, wir müssen ihn hier durchstehen. Was da? Komm. Ist das unser, Tag? Ja, das ist unser, das ist unser. Komm mit. Ja, ich hab noch sehr gute Meister. Ich hab richtig gute Meister. Ja, ich hab auch capped. Hab ihn zu. Hab gebaut. Oh, ich hab Basel mit Holz. Ich baue nochmal in der Mitte. Ich bin jetzt 4-0-1. Ja. Hier. Ich mach immer Flaggern. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Mach hier. Warte. Ab. Wo ist der hinschig, ja? Scheiß ab, komm runter. Ja. Meine Nase juckt. Hier, komm mal hier unten. Komm her, komm her, komm her. Komm her, ich kann's durch. Hier ist full top. Kannst kurz den top, bro? Ja, ich hoffe. Ja. Wir müssen hier jetzt durch. Wir müssen fully sinken, bro. Das ist recht. Ja. Wir müssen fully sinken. Über uns können wir nicht uns. Wir können unterstrahlen. Ja. Scheiß auf. Digga, Achtung. Pass auf, wir können nicht uns. Komm, wir müssen hier durch. Ja, ich bin da. Wir haben noch 400 Wurz. Über uns, pass auf. Achtung, geh raus. Geh raus. Ja. Das ist ein Zei, ist ein Zei. Das ist unsers. Komm her. Ich hab 300 Wurz jetzt noch. Ja. Was hast du noch? Ich jobte, ich jobte. Hier, hier, hier liegt's. Ja. Ich hab zwei Slurps. Wie viel hast du? Ich hab auch zwei. Okay, nice. Guck, über uns. In unserer Box. Nice. Ja, nimm mich. Nimm du, nimm du. Break. Ey. Ich hab mir Slurps. Ach, ich auch. Ich geh rechts hoch. Ja. Ich hab gewahrt. 115. Ich wurde Torn gepumpt. Nein! Ich hab noch ein Saft und Teelspray liegt bei mir. Komm einfach weg. Du überlebst das. Du gewinnst das easy. Heeloff. Du kannst jetzt schon rein. Da liegt ein Teelspray, Alice. Und mir liegt auch noch ein Saft. Ein Juice. Ich hab. 101, 101. Alter, wird safe nicht so viel haben, oder? Ich weiß nicht. Kommt drauf, wenn du als Stormsignal das bekommst. Kommt drauf. Alles klar. Ja, Digga. Let's go. Let's go, Maxi. Wichtig. Wichtiges Game. Die Runde haben wir sehr gut ausgespielt. Also, wir haben den Win Gold, was auf jeden Fall zu dieser Stelle des Cups sehr, sehr wichtig war. Und, ähm, ja. Ich hab da unnötig am Ende den Edit Off gemacht und wurde One-Pumped, äh, was nicht hätte sein müssen. Also, da war ich einfach ein bisschen zu greedy und hab keinen guten Peak gemacht. Aber Maxi hat das Ganze ja mit Heeloff gewonnen, was auf jeden Fall das Ergebnis ist, was am Ende zählt. Und, äh, ja, wir waren jetzt in der letzten Runde. Die neue Runde sind wir nämlich ausbauen gestorben, aber wir konnten sowieso nur noch zeitlich eine Runde ausspielen. Und wie jetzt die letzte und zehnte Runde lief. Seht ihr jetzt? Wir brauchen so circa einen 11-12-Kil-Win, um uns zu qualifizieren, ob wir das Ganze geschafft haben. Seht ihr jetzt. Ich bin schon von hinten angeschlossen, hinter mir, hinter mir. Kannst du kommen? Oder er ist leckt. Ich hab jetzt keine Biggs mehr. Ja. Ich hab den Schildfisch. Hier, 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 hier. Oh. Achtung, pass auf unten. Bruder, die Zone ist wieder fackt, Bro. Wir müssen fully fahren. Achtung, die haben jamen. Wir müssen fully fahren. Digga, warum denn die ganze Zeit fahren, Digga? Wir müssen jetzt schauen, wir müssen jetzt schauen. Oder nicht? Wenn wir jetzt gehen, dann kommt der Straight. Von jedem. Achtung, die kommen rein. Ich raus, geh aus. Ja. Ja, in mir. Ja, Digga. Achtung. Du musst Auto spielen. Hinter dir. Geh raus, da einfach. Oh, Mann, Digga. Okay, der Zone. Geh einfach, Pin 1 durch. Nice. Kommt, kein Zweifel mehr. Lauf einfach. Kannst du nicht bauen. Bau kurz, hil dich. Hil dich einmal kurz, bitte. Ja. Und gleich läufst du nochmal rein. Lauf am besten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hinter dir, bitte. Bro, also wirklich, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ja, meine Freunde, da ganz zum Schluss wurden wir leider jumped. Die sind einfach aus dem Nix mit zwei Jumpshot Cuts, mit zwei mythischen Jumpshot Cuts auch noch in unsere Box gejumpt. Und haben dann leider Maxi Dong bekommen. Und ich wurde dann einfach Double Spade ganz zum Schluss, ohne Leben, ohne alles. Und bin dann halt auch dort Dong gegangen. Und dementsprechend haben wir uns dann nicht qualifiziert. Wir sind am Ende, ich glaube, irgendwas mit 340 geworden. 341 da, wenn ich es genau in Erinnerung habe. Was trotzdem natürlich ein stabiles Placement ist. Aber ich hätte mich endlich immer gerne in einem Duo Cash Cap qualifiziert. Hat leider diesmal nicht gereicht. Ich hoffe trotzdem, an dieser Stelle hat euch das Video auf jeden Fall unterhalten. Und euch auch ein Stück weit weitergeholfen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach unten da lassen, meine Freunde. Und kommentiert wie immer an Lucky in die Kommentare. Denn da weiß ich Bescheid, wer von euch das Video bis zum Ende geschaut hat. Und dann verteile ich wie immer an alle, die das kommentieren, einfach ein Herz in den Kommentaren. Und ja, meine Freunde, damit war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einem neuen Video. Und ja, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.